Wir laufen für UNICEF, eigentlich für Schulen für Afrika. Mehr als 45 Millionen Kinder südlich der Sahara haben keinen Platz in der Schule. Seit 2004 gibt es diese bundesweite Laufaktion. Tausende Schulen und Sportvereine haben schon mitgemacht. Wie? Ganz einfach. Material anfordern unter unicef.de slash laufen. Jorik Ness freut sich über jede Bewerbung und verschickt gern Laufkarte, Infofaltblatt und UNICEF-Buttons. Dazu die offizielle Teilnehmerurkunde mit der Unterschrift des Schirmherrn Oliver Bierhoff. Im südlichen Afrika geht jedes dritte Kind nicht zur Schule. Keine Chance der Armut zu entkommen und sein Leben selbst zu bestimmen. Schüler in Deutschland engagieren sich für Schüler in Afrika sportlich und sozial. Viele Millionen Kilometer und Euro kamen schon zusammen für hunderte von neuen Schulen. Nur so läuft was, denn wir laufen für UNICEF. Untertitelung des ZDF für funk, 2017